Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gold- und Silberfreunde zu einem neuen Video. Im heutigen Video sprechen wir mal wieder über das Thema Silber und ob es aktuell sinnvoll ist in Silber zu investieren, da der Silberpreis stark gefallen ist, das besprechen wir im heutigen Video. Das heutige Video möchte ich mal starten für euch mit einer Silbermünze, die ich mir vor vielen Jahren einmal zugelegt habe und wo ich mit Silber angefangen habe. Wir haben hier 600 Jahre der Universität Leipzig, eine Münze aus dem Jahr 2009 und wir haben hier eine 10 Euro Silbermünze der Bundesrepublik Deutschland. Was hat es jetzt mit der Münze hier auf sich? Es geht um den aktuellen Silberpreis. Der Silberpreis liegt aktuell bei ungefähr 20,50 Euro und das ist für Silber sehr gering. Obwohl eigentlich die Silbermengen auf der Welt eher abnehmen und die Silberproduktionen ebenfalls, aber trotzdem wird Silber immer mehr benötigt. Der Silberpreis aktuell hat einen leichten Rückgang, das hat auch mit dem Goldpreis etwas zu tun, aber ist es denn jetzt trotzdem sinnvoll, in Silber zu investieren? Das klären wir heute. Es ist an dieser Stelle sinnvoll, in Silber jetzt zu investieren, denn der Silberpreis ist etwas niedriger, das heißt nicht nur etwas, sondern auch ein gutes Stück niedriger zurzeit und aktuell wäre es sinnvoll, Silber zu kaufen. Es kann sein, dass der Silberpreis sogar etwas unter die 20 Euro geht und da wäre es dann sogar sinnvoll, in Silber zu investieren. Auch in solche Münzen. Ich habe jetzt hier die Münze, die wie gesagt schon 14 Jahre dieses Jahr wird. Wir haben hier 925er Silber. Damals sind die Silbermünzen natürlich noch etwas vom Silberwert her höher geprägt worden und auch vom Feingehalt her. Heutzutage teilweise nicht mehr so, aber wir haben hier einfach immer die 10 Euro auf jeden Fall und der Silberpreis ist trotzdem noch höher in diesem Fall. Also auch für viele Junk Silber genannt, ist es eigentlich gar nicht so bei diesen Münzen. Deshalb wären diese Münzen auch ganz gut für diejenigen von euch, die sagen, ich möchte jetzt nicht in die normalen Unzen investieren oder habe nicht das Geld da dafür oder ich komme einfach günstig an solche Münzen, dann ist das natürlich auch das, denn es geht hier einfach wirklich wie gesagt nur um den Silberwert. Und da sind diese Münzen sehr, sehr gut. Auch die aktuellsten Silbermünzen Bundesrepublik Deutschland sind da günstig zu ersteigern und deshalb sind diese Münzen da eigentlich ganz gut dafür geeignet. Was sind natürlich immer die Standardmünzen, die ihr hier bei mir auch immer seht? Das ist natürlich der Krügerrand auf der einen Seite und der Maple Leaf. Warum? Weil es für mich einfach eine der besten Silbermünzen sind, die es gibt. Es gibt natürlich auch weitere. Da möchte ich aber auch den Wiener Philharmoniker nicht außen vor lassen. Trotz alledem sind das einfach die besten Münzen. Aus was für einem Grund? Wir haben hier den Krügerrand. Der Krügerrand ist einer der bekanntesten Münzen auf der ganzen Welt und besonders auch im Silberbereich sehr gefragt. Auch hier, wir haben kein wechselndes Münzenmotiv, sondern es bleibt immer gleich, nur der Jahrgang ändert sich und das ist einfach sehr, sehr schön bei diesen Münzen. Ich habe euch jetzt hier mal eine Münze auch rausgesucht bei dem Krügerrand, wo bisher keine Milchfleckenbildung ist. Das heißt, es gibt auch Silbermünzen beim Krügerrand, die nicht anlaufen und diese Milchflecken bekommen, weil ich habe nämlich schon einige Münzen, wo das passiert ist leider. Das ist natürlich an sich für das Silber nicht so schlimm, weil es geht ja um das Silber. Aber trotz alledem ist es natürlich nicht so schön, wenn ich eine Münze habe, wo diese Milchflecken drauf sind, weil das einfach die Münze etwas zerstört. Auch vom Ansehen her, wenn ich dann einfach sehe, da ist irgendwas drauf, was eigentlich nicht auf die Münze gehört. Das ist halt das Problem einfach hier bei dem Krügerrand. Aber in diesem Fall hier, wie gesagt, eine Münze. Es geht auch anders. Deshalb würde ich euch auch immer empfehlen, in diese Münzkapseln die Münzen zu tun, damit die Münzen einfach nochmal mehr geschützt sind. Jetzt nicht nur vor den Milchflecken, sondern auch vor anderen äußeren Einflüssen. Und da ist Silber einfach besser. Und wenn ihr mit Silber hantiert, bei Gold ist es jetzt nicht so schlimm, aber bei Silber würde ich immer Münzhandschuhe anziehen, außerhalb der Kapseln. Bei Gold ist es nicht so schlimm, aber würde ich euch auch trotzdem immer empfehlen, damit einfach keine Kratzer drauf kommen. Und auch selbst das leichte Fett, was auf den Fingern immer ganz normal auf der Haut halt einfach vorhanden ist, das ist natürlich auch nicht gut für die Münzen. Deshalb wäre es da immer besser, wenn man das so hernehmen würde. Auch der Maple Leaf. Maple Leaf ist eine sehr, sehr schöne Münze, wie ich immer finde. Und besonders bei Maple Leaf mit dem sogenannten Anlaufschutz, dass hier einfach keine Milchflecken entstehen. Das kann ich auch so bestätigen, weil ich bisher bei keiner meiner Maple Leaf Silbermünzen eine Milchfleckenbildung bekommen habe. Auch hier im Silberbereich haben wir unten das kleine Ahornblatt eingraviert. Hier einfach nochmal als Sicherheitsmerkmal. Und wir haben ja hier reine Feinsilbermünzen mit einem Feingehalt von 999,9 und in einer 1 Unzengröße, also 31,1 Gramm. Einfach sehr, sehr schöne Münzen. Und würde ich hier natürlich immer empfehlen, aktuell auch in diese Münzen zu investieren. An dieser Stelle möchte ich natürlich sagen, dass es bei Münzen jetzt keine Differenzbesteuerung mehr gibt, sondern auch die 19% zählen. Also könnt ihr euch aussuchen, ob ihr in Münzbarren oder Silbermünzen oder normale Barren investiert. Dort sind jetzt überall die 19%. Früher, wie gesagt, war es ja Differenzbesteuert bei den Münzen und Münzbarren. Also, was euch am besten gefällt, bei Silbermünzen habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, eventuelle Wertsteigerungen aufgrund der Motive. Aber wenn ihr sagt, ich möchte rein nur auf das Silber gehen, dann würde ich euch natürlich auch die Barren empfehlen. Wer ein bisschen exotischer unterwegs sein will, hier eine teilvergoldete Münze. Der Somalia-Leopard hier auch sehr, sehr schön, einfach mit dieser Teilvergoldung. Es ist einfach mal was anderes. Und was Besonderes einfach auch mit einer limitierten Auflage. Und die Münzen sind immer etwas teurer als die normalen Silbermünzen. Und es sind einfach auch sehr, sehr schöne Sachen dann mit dieser Teilvergoldung. Wie gesagt, einfach mal was anderes. Und wenn ihr einen guten Abnehmer, Händler oder Sammler findet, der unbedingt diese Münze will oder sucht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und wenn ihr dann noch mit etwas gewinnen, die Münzen wieder verkaufen könnt, ist alles perfekt. Trotz aller Ideen muss man sagen, auch Silber einfach wertbeständig, einfach auch halten. Also nicht damit rechnen, dass ich es nach drei Wochen wieder verkaufe und dann quasi mit einem großen Gewinn rechnen kann. So ist das nicht. So ist das auch nicht im Goldbereich. Deshalb Silber muss auch etwas reifen, sage ich mal. Und deshalb, wie gesagt, auch längerfristig in Silber investieren. Deshalb, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht mehr diese einzelnen Münzkapseln, dann würde ich auch einfach diese Tubes empfehlen. Hier haben wir 25 Münzen der Maple Leafs drin. Es gibt da verschiedene Größen, ja, auch mit 10, 20, 25. Das ist verschieden, kommt auch immer auf die Münzen, wie gesagt, drauf an. Wenn man viele Tubes hat, dann kann man auch die Masterbox dann immer kaufen, in der dann diese ganzen Tubes drinnen sind. Es kommt immer ganz darauf an, was man an Geld übrig hat. Hier sind die Münzen aber trotzdem perfekt geschützt. Und dann braucht man nicht diese Kapseln und man kann es auch viel besser lagern. Das ist mein Tipp noch an dieser Stelle für euch. Und wer ein bisschen größer einsteigen möchte, habe ich natürlich euch wieder hier eines der Highlights mitgebracht. Eine 1 Kilo Silbermünze vom Somalia Elefant. Ich finde diese Münze sehr, sehr, sehr schön. Warum? Weil es einfach ein ganzes Kilo Silber ist auf einen Schlag. Es hat natürlich immer etwas Aufpreise, aber trotz dessen ist es einfach sehr, sehr schön in diesem Fall, weil es eine Münze ist, limitierte Auflage. Und ich habe hier einfach ein ganzes Kilo und brauche jetzt nicht einen Barren zum Beispiel. Und ich finde diese Münzen einfach wesentlich schöner als ein Barren. Und deshalb würde ich euch auch zu solchen Münzen raten. Schaut da aber bitte immer etwas auf die Preise, denn teilweise variieren die sehr, sehr stark von den Kilo Münzen, je nachdem wie gefragt sie sind, wie die Auflagen sind. Also vergleicht da ein bisschen, wenn ihr unbedingt dieses Motiv haben wollt, dann müsst ihr es natürlich kaufen. Wenn ihr aber sagt, ich will einfach nur eine Kilo Münze, dann könnt ihr da ein bisschen vergleichen. Der Kokoborra ist eine der günstigeren Münzen immer. Deshalb würde ich euch den empfehlen. Sobald ihr natürlich exotisch unterwegs seid, zumal der Elefant, zumal der Leopard, dann wird der Preis natürlich immer etwas steigen. Also als Fazit zum heutigen Video möchte ich einfach an dieser Stelle sagen, es lohnt sich aktuell in Silber zu investieren und Silber zu kaufen, da der Silberpreis sehr niedrig ist. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man sagt, jetzt Silber kaufen, denn der Preis wird wieder nach oben steigen. Und besonders da die Nachfrage dann wieder zunehmen wird. Deshalb ist es wichtig, in Silber zu investieren und im Portfolio zu haben. Man sagt immer 80-20, das heißt 80% Gold, 20% Silber. Aber ich würde nicht immer darauf gehen. Ich habe jetzt auch 90% Gold und 10% Silber. Also ihr seht, ich bin auch etwas davon abgewichen. Das müsst ihr mal selbst für euch entscheiden. Es gibt natürlich aber auch einige, die viel mehr Silber haben als Gold, dann ist das auch in Ordnung. Aber man sollte trotzdem immer etwas teilen und nicht immer nur auf ein Edelmetall setzen. Das ist immer ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Ich sage euch an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Macht es gut. Vielen Dank.